gut p5 da will ich lieber weg gehen ich habe gesagt wie sie jetzt zu mir gekommen hallo das stimmte ich muss ja das loch irgendwie dazu kriegen jetzt hat er die kiste kaputt gemacht wie toll finde ich irgendwie nicht sehr amüsant aber hier gibt es noch muni jetzt gibt es ja noch mehrere löcher ich glaube wir fangen mit dem loch da an weil das auto da direkt dran steht ich habe gerade andere sachen zu tun kann mir nicht um alles kümmern sorry das auto will doch nicht rein ich glaube jetzt wäre ich das alles drin also hier sind drei so löcher wie toll weiter gerade gerne das müsste reichen und dann noch über das andere loch müssen das jetzt eigentlich so das müsste eigentlich auch reichen ja ich auch da ist eine kiste drin das ist keine echte türen und ne da war nichts wo müssen wir überhaupt hin jetzt genau so hoch hier ist noch eine kiste jetzt wird sich voll erst gehe ich gar nichts ins richtig zu viel oh geil kann es sein dass ich da hoch hier ist ein zombie drin habe ich gar nicht gesehen schade hier kann man noch ein stück höher aber da ist nichts wo geht es denn hier weiter jetzt wie ist die da hingekommen so schnell das da hätte ich gerne kann man auch von einer seite irgendwie hin glaube ich ja nicht irgendwie versuche ich mal was toll von der seite genauso wenig wenn ich ach hier ist ein rat habe ich übersehen soll vorkommen ich glaube es kommt jetzt nicht irgendwie ein monster ein zombie hier durch oder so zack da geht es runter und hier geht es auch irgendwie runter aber außer leben sehe ich da auch überhaupt nichts also warum die mühe machen oh der ist aber ein bisschen verkokelt ein bisschen ein bisschen zu viel lassen wir mal durch mal gucken ob es hier noch weiter runter geht gucken kann man ja mal so aber ich hoffe es wasser nö ist in Ordnung dachte jetzt schon bloß gut dass du den Schutzanzug hast ja ja du nicht nein obwohl du kannst ja mal ausprobieren ja wie toll gut noch einer aber irgendwo höre ich noch einen lass mich mal durch irgendwo höre ich noch einen das lass ich mal lieber stehen ähm gibt es bestimmt ich schmeiß das einfach mal in diese richtung da hinten boah ist der guckt oh no bitte nicht da liegen noch so ein paar hier war doch noch eins fragt sich nur wie lange die klinger brennen das gibt es noch nicht du hast es kaputt gemacht du hast du immer plötzlich aufwärts zu reden geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg geht wohl nicht kaputt vielleicht brauche ich das ja noch man weiß nie da hinten leuchtet immer noch was hab ich denn nicht gerade was leuchten äh kann man hier hoch sieht eher schlecht aus schauen wir mal wohin der knisternde draht führt da ist hier ein draht hier irgendwo hin sind die teile schon aufgebraucht oder was? die dinge halten ja echt lange und wie soll man da bitte drankommen? oh wie gemein das ist... ich wollte doch keinen stein haben weil das hier eigentlich brauche ich alles weil ich keine ahnung habe, was dann kommt das nämlich auch gerne das da hinten ganz besonders hier noch ein bisschen Schrotmonie und das hier schau sie mal in dir okay so jetzt auch gereicht oh sehr schön jetzt ist ein bisschen licht du wirst die dinge halten nicht so lange hier gibt es noch mehr das ist zu was jetzt ja licht wäre auch schön ich mach die tür wieder zu ich glaube die tür ist kaputt hallo wie geht's? hallo lass mich durch toll jetzt sollte ich auch mal das hier weg stellen voll die wohnen sterb sterb so ich dachte ich wollte gerade eben drauf schießen aber das bist ja nur du geht das nicht schneller? wieso dauert das so lange? ja man wieso? so jetzt ist es duster wie die Nacht da hinten kommt noch welche muss kurz nachladen schnell rein ja aber wirklich ich könnte hier noch hier rein wo er strahlt wieder so und das gerade im verraum sind wir schon da lade daten ein glück ist es noch tag verschwinden wir perfekt kommen wir gleich kisten kisten über kisten was denn hier ich würde sagen da fehlt irgendwie was aber nicht dass da hinten einfach abreißen glaube nicht ich glaube ich habe da was gefunden vielleicht passt das ja das ich verzeichen ja warte mal ich habe da was gefunden alter ich dreh doch bis zum geht nicht mehr meine güte nicht mal geduld hier ach so meine güte die stride haben hier ja gnadenlos gewidt ja aber wirklich da ist der kleiner ich habe mich nie so gefreut doch der kleiner zu sehen das heißt keine verbindung zur komm bei heimat auf der stationierte komm bei musik nun isoliert gestandelt dies dürfte jedoch vermutlich nur vorübergehen zu bleiben da ist leider feststellen ja ist gut da geht es nicht langsam also mit dem wagen passiert müsste man gerne überhaupt sein müssen hier euch glaube er ist tot sicherlich sonst nicht das wieder für geräusch diese geräusche gefallen aber jetzt habe ich mir selbst schaden zugefügt ich möchte ja zurück bei der strot komme ich ja nämlich nicht so gut in das wald ich hatte gehofft wir wären schon weiter wenn sie uns wieder entdecken ja scheinbar nicht wie es aussieht es tut mir leid aber das war ja was anderes ich würde gerade die kiste aufheben warte warte habe ich schon die lösung ja ich kann gerade nicht ja hier ist ja ganz schön was los so das sollte ausreichen ich weiß ja nicht also das ist für mich eigentlich zu wenn die fücher die anderen zwei schon damit wir wollen erst denen helfen die vielleicht noch in der stadt sind okay viel spaß meine müde hier gucke mal eigentlich hätte das doch explodieren müssen das wollte ich eigentlich da war noch was das ist ja viel einfacher viel einfacher gehen ich soll mir was ausdenken wie meinst du das aha das stimmt glas aus super jetzt haben wir steinchen ich brauche ein paar steinchen oder auch nicht ich kann auch den stuhl nehmen weiß noch nicht ob das auswirkt ich glaube irgendwie nämlich nicht ich weiß ja nicht ob diese das habe ich ja gar nicht genommen ob der farb einmal hier leer ist oder voll ist oder keine ahnung ja keine ahnung jetzt auch keine steine irgendwie das klappt so nicht eine andere idee ich hoffe es klappt das hat doch funktioniert ich habe es geschafft er hat ein bisschen gedauert aber es hat funktioniert komisch das hat ein Loch da reingespringt aber der lebt noch ich habe doch immer so ein ball wo ist denn da hin ich will den haben gib her wieder diese komischen die granate natürlich habe ich keine granate ich habe ja vorhin keine aufgehoben ne überhaupt nicht was zum hinke wo ist eigentlich Alex hin da tschüss hoch kann man nicht also gehen wir runter aber der ball wäre doch eigentlich die perfekte Lösung dafür ja nicht nur der scharfschütze ja nicht nur der scharfschütze super oder ich will hier ja 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 das ist es ja das ist es sehr gut aber einfach geht es es ist es es ist es es ist es es ist es haben. Komm her du Ball. Wer ist da mit Ben? Wie komme ich da jetzt bitte hin? So weit kann ich da niemals werfen. Eigentlich habe ich ja versucht zu rennen. Aber irgendwie... Wie soll ich das mal speichern? Wenn ich die andere Kugel habe. Ja, schmeiß doch den Tisch noch an. Wo ist der jetzt hin? Wo ist die Kugel denn? Komm mal hier runter. Bring es rüber und ich pole es um. Warte mal kurz. Wir kommen hier nicht durch solange der Scharfschütze da ist. Ich weiß. Ich könnte versuchen jetzt zu rennen. Aber irgendwie... Glaube ich nicht, dass das eine gute Idee ist. Naja, also... Hinrennen ist nicht. Hinrennen ist nicht. Wo ist die andere? Warte mal kurz. Schau auf, da ist ja auch noch was. Alter, ich wollte nur da hinten hin. Hä? Wie treffen die mich hier hinten? Ja, das war's dann nur. Ja, das war's dann nur. Ja, und jetzt? Ich hab' weder Karnaten noch sonst was. Ich hab' weder Karnaten noch sonst was. Ich hab' weder Karnaten noch sonst was. Könnte der Ball bitte mal da hinten hinrollen? Dann wär' ich sehr... ... ... ... ... ... Shit. Hör'nicht? Oh nein. Ich schmeiß' ihn grad' aus die Karte raus. ich wollte da vorne hinschmeißen damit er den ablenkt oder so zurück warum ist ja auch keine tür ich weiß echt nicht wie ich das machen soll ich habe keine einzige granate die einzige lösung wäre eigentlich den da einzuschmeißen so ist ja bald jetzt hin soweit kann ich noch niemals werfen jetzt zieht es auf mich hä ich stand penner keine ahnung ich weiß nicht ich müsste irgendwas hast du es geschafft hast du es geschafft müsste ich um die ecke kommen dass wir genau das wollte ich nicht mehr wo ich mir noch die zwei christen hinten und dann können wir weiter meine güte schwierig schwierig frage ist nur wie kommt es hier hoch cool ja und jetzt ich klette schnell hoch und schau mir an was uns da erwartet ja was mit mir weiß es mit mir ich kann nicht hoch klettern oder wie mal mal ja 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 ja